Hallo. Hi. Andrea hier. Und Dietmar. Von Wir müssen reden. Und wir haben dir heute ein Thema mitgebracht, dass du, wenn du unseren Podcast schon etwas länger verfolgst, ganz bestimmt schon mal gehört hast, nämlich das Thema Sicherheit. Wir haben ja schon mal erzählt, dass wir Menschen abhängig davon sind, sichere Bindungen, sichere Verbindungen zu anderen, uns nahestehenden Menschen zu haben. Und ja, und es sind uns in den letzten Tagen so ein paar Aspekte dieser Sicherheit, dieses Sicherheitsdenkens oder Fühlens begegnet, die wir ganz gerne mit dir teilen möchten. Es gibt natürlich die eine Seite, die sagt, ich will Sicherheit spüren und den anderen Aspekt, sagt, ich will Sicherheit geben. Und zu beiden haben wir zwei schöne Beispiele mitgebracht. Vielleicht magst du das erste Beispiel erzählen von unserem Workshop am Wochenende, dieses Sicherheit spüren müssen, wollen. Genau. Wir hatten einen wundervollen Firmen-Workshop-Seminar und wir haben diesen Tag, oder dieses, das waren eigentlich zwei Tage am ersten Tag, begonnen mit einer Übung, die sehr anspruchsvoll ist und wo es natürlich darum geht, dass wir da alle Mitarbeiter mitnehmen, mit ins Boot nehmen. Und wenn ich diese Übung anleite, dann gucke ich, dann versichere ich mich. Also wer ist da mit im Boot drin? Also wer macht mit? Genau, wer ist ganz mit dabei? Ja, in dem Fall eben genau, natürlich weiß ich, was ich tue, da fühle ich mich sicher. Und trotzdem gucke ich eben, welche Anker habe ich. Und dann habe ich die Andrea links von mir, wo ich sage, die kennt diese Übung, die wir da machen. Dann habe ich den Geschäftsführer im Blickwinkel gehabt und eben auch die Prokuristin, die alle, beide, alle drei quasi auf meiner, auf unserer Seite sind und waren und das Ganze mittragen und mit unterstützen. Und aus dieser Sicherheit heraus, um mich drumherum, konnte ich völlig ruhig und klar diese Übung machen. Und das ist mir erst so im Nachhinein bewusst geworden, dass das ist so, dann breitet sich das aus, wenn dann ein, zwei, drei Menschen mit dabei sind, die vielleicht gleich nicht mitgehen können, so direkt mitgehen können, diese Übung, sondern eher skeptisch sind, die dann mit ins Boot zu holen. Sondern das kann ich nur oder das kann ich besonders dann gut, wenn ich mich sicher fühle. Also da sind bei mir sofort einige Workshop-Situationen aufgetaucht. Also jetzt nicht von diesem Workshop, sondern so im Laufe der Jahre Workshop-Situationen, wo dich etwas völlig verunsichert. Und wenn du dann nicht irgendwo so einen Anker hast, der dir Sicherheit gibt, dann fängst du das Schwimmen an. Ja, genau. Und wir hatten aber eine ganz andere Situation, als wir am nächsten Morgen oder an dem Wochenende dann ja im Hotel beim Frühstücken waren. Es war 10.15 Uhr. Das Frühstück ging irgendwie offiziell bis um halb elf. Und es kam, während wir da ganz entspannt am Frühstücken waren, es war alles wunderbar und nett, kommt ein Ehepaar in den Frühstücksraum. Die Frau offensichtlich krank, also mit einem Kopftuch, vermutlich keine Haare drunter. Wir hatten vermutet, dass sie eben eine Chemo hat und entsprechend erkrankt ist. Genau. Und sah auch eher gebrechlich aus, weil es nicht, dass sie mitten im Leben und prächtig war, sonst eher in Mitleidenschaft gezogen. Richtig, genau. Und die beiden setzte sich hin und haben sich auch alles so geholt, Frühstück und am Buffet, genau. Es war ein Frühstücksbuffet. Und die Service-Mitarbeiter waren irgendwie dabei, die waren am Umbauen. Also die haben irgendwelche Getränke von A nach B in eine andere Ecke gestellt. Und es gab auf jeden Fall etwas lautstarkeren Ärger mit dem Ehemann, der nicht so schnell irgendwie einen Saft finden konnte und der Meinung war, es würde jetzt hier schon abgeräumt werden. Und hat sich dann mit dem Service-Mitarbeiter, mit dem Kellner, der wirklich total bemüht war, richtig angelegt, wurde furchtbar laut. Und hat dann auch gesagt, das Frühstück ist jetzt für sie beendet, hat seine Frau in der Hand gepackt und ist mit der abmarschiert, um sich dann an der Rezeption oder irgendwie beim Geschäftsführer zu beschweren. Genau, also vor allem ihr Frühstückstisch war schon komplett gedeckt. Also es war der Kaffeelöffel in der Tasse, sieht gerade irgendwie Zucker rein. Der Teller stand da mit Käse drauf und ein bisschen Gemüse und die Brötchen. Das Brötchen war wirklich so wie aus dem Leben gerissen. Es stand noch ein Glas da mit Wasser. Also so alles konnte quasi, jetzt kann es losgehen mit Frühstücken. Richtig. Und dann war nichts mehr mit Frühstücken. Und dann sind die beiden abgezogen. Und wie gesagt, der Service-Mitarbeiter hat sich wahnsinnig bemüht, das alles zu befrieden und das wieder in Ordnung zu bringen. Aber was für uns dann hinterher so spannend an der Geschichte war, war dieses, wer will da wem Sicherheit geben? Und warum haben wir dieses Bedürfnis, Sicherheit zu geben und Sicherheit zu spüren? Wir hatten jetzt nicht den Eindruck, dass die Dame oder die Ehefrau sich da unsicher gefühlt hat. Ganz im Gegenteil, sie hatte ihr Frühstücksgedeckt, alles war fertig, sie konnte loslegen, so wie du es gerade gesagt hast. Aber ihr Mann war derjenige, der übers Ziel hinaus geschossen ist, mit seinem Bedürfnis, ihr Sicherheit zu geben. Sich um sie zu kümmern. Ja, richtig. Ihr zu sagen, es ist alles gut. Also so das Gefühl war, die ganzen Wochen vorher hat er unter Umständen ihr eben da keine Sicherheit geben können, weil er gegen diese Krankheit als Außenstehender machtlos war. Und dann hat er versucht, genau das da zu kompensieren. Aber jetzt bin ich da, jetzt gebe ich dir Sicherheit. Richtig, genau. Und als wir uns darüber unterhalten haben, war dann das Gefühl, aber warum mache ich das? Also warum, klar, der eine Aspekt ist, wir Menschen sind Verbindungswesen. fängt bei unseren kleinsten Zellen an und geht eben bis in das soziale Umfeld. Wir sind empathische Wesen. Aber was noch dahinter stecken kann, ist die blanke Angst. Also so aus meinem Gefühl, so die blanke Angst, ich verliere dich, ich kann, ich muss dir Sicherheit geben, damit, also ich muss dir das Gefühl geben, dass du dich sicher fühlen kannst, damit ich meine Angst nicht spüren muss, dich zu verlieren. Also ich brauche das für meine Sicherheit, damit ich mir deiner wieder sicher bin. Also dieses Wortspiel kannst du, glaube ich, du hast es uns vorher unterhalten, haben wir schon so gesagt, ja, was steckt denn in Sicherheit drin? Sich. Sich. Es geht immer um dich selbst. Also ich gebe mir Sicherheit, ich gebe dir Sicherheit, aber letztendlich geht es immer um mich selbst. Und um diese Geschichte ganz kurz abzurunden, er hat einfach überzogen. Also das heißt, es ging ihm gar nicht mehr, und das ist jetzt nicht böse gemeint, er hat sicher eine krasse Zeit schon hinter sich, und trotzdem ging es ihm plötzlich gar nicht mehr nur um die Frau, sondern nur um sein Ego, seine Ängste durchzusetzen, weil alle Versuche im Außen, das zu befrieden, mit ihm zu reden, scheitern kläglich. Und die Frau wurde überhaupt nicht gefragt, wie geht es dir damit, brauchst du noch was, fehlt dir irgendwas. Sonst war nur sein gekränktes Ego, das da völlig überzogen von dann entzog. Und ich bin mir sicher, also sie lief auch so betröppelt hinterher, das war ihr nicht recht. Also es hat ihr sicher keine Sicherheit gegeben. Ging ganz klar über das Ziel hinaus. Genau. Und wo, vielleicht magst du für dich da mal hinschauen, wo beobachtest du, wo kannst du solche Situationen beobachten, wo es dir darum geht, Sicherheit zu geben oder Sicherheit zu bekommen? Also wir haben mal so ein bisschen aufgelistet, für uns ist Sicherheit ganz, ganz bestimmt, wenn wir abends ins Bett gehen oder morgens uns nochmal zusammen kuscheln. Dieses, ja, dieses Kuscheln, diese Nähe ist etwas, was uns ganz, ganz bestimmt Sicherheit gibt, dass so dieses Gefühl da, alles ist gut. Wenn ich komme und sage, ich erzähle dir meine Geschichte, dann ist da hinter mit Sicherheit, da ist schon wieder Sicherheit, dann ist da ganz bestimmt der Wunsch der... Wenn man mag, wie oft heute Sicherheit auftaucht. Ein paar Mal öfter. Dann ist hinter diesem, ich erzähle dir meine Geschichte auch der Wunsch danach da, dass du mir sagst, alles wird gut. Also mir Sicherheit gibst. Und im Außen, du hast es vorhin aufgezählt, du hast ja eine ganze Latte aufgezählt. Ja, das ist so, das Thema Sicherheit taucht in ganz vielen Lebenslagen auf. Also als Beispiel Versicherung, Lebensversicherung soll uns eine Sicherheit geben, eine Hausratversicherung soll uns Sicherheit geben. Und die arbeiten aber auch letztendlich mit der Angst. Also da geht es ja auch darum, warum verkaufe ich dir eine Versicherung, weil ich dir vorher Angst mache, es könnte ja was passieren. Oder du spürst es selber. Oder das, ja. Du sagst, ich fühle mich unsicher, weil ich habe jetzt die in die Werte Güter zu Hause und ich fühle mich unsicher damit. Politik soll uns Sicherheit geben, ja, dass wir in einem Staat leben, wo wir Meinungsfreiheit haben. Die Polizei soll uns Sicherheit geben, dass wir wissen, dass wir hier sicher sind, dass unsere Kinder sicher sind, sicher aufwachsen können. Also Sicherheit spielt eine ganz, ganz große Rolle in unserem Leben und eben auch in Verbindung mit dem anderen, in der Verbindung mit unserem Nächsten, mit unserem Partner, mit unserem Liebsten, uns sicher zu fühlen. Und das ist eine unserer Grundbedürfnisse, die wir brauchen, um zu sagen, ich gehe, ich gehe meinen Weg. Als Beispiel, wir reden eben ganz oft, immer wieder auch im Seminar natürlich, über das Thema Komfortzone verlassen. Ja, was, und so weiter, jeder hat das sicher schon mal gehört. Das kann ich nur, das werde ich nur tun, wenn ich mich vorher sicher fühle. Also an einer anderen Stelle irgendwo Sicherheit. An einer anderen Stelle, genau. Der Seminarleiter gibt mir Sicherheit, das Thema gibt mir Sicherheit oder ich fühle einfach nur mich sicher. Auch das reicht manchmal einfach vollkommen aus, zu sagen, ich fühle mich sicher. Und dann fühle ich gar nicht so, ja, warum denn jetzt? Sondern es ist einfach nur, ja, ich fühle mich absolut sicher. Und trotzdem ist es so ein, ja, wirklich so ein absolutes Grundbedürfnis. Wir brauchen es, egal was wir tun, egal wo wir tun, wir brauchen irgendwo diesen Anker, uns sicher zu fühlen. Ob es bei unserem Partner ist oder wir hatten vorhin dieses Beispiel, ja, du läufst einen Marathon, also ich nicht, aber du vielleicht irgendwann mal wieder, läufst einen Marathon, du brauchst auch die Sicherheit, dass Streckenposten da sind. Also du läufst den ja nicht einfach mal so ins Blaue rein, jetzt laufe ich mal los, sondern irgendwas, irgendjemand oder irgendetwas gibt dir Sicherheit und davon sind wir. Also wenn du da mal hingucken magst, wirst du feststellen, in wie vielen Bereichen wir das so brauchen. Oder bist du die Strecke so oft gelaufen, diesen Marathon oder Halbmarathon, dass du dich sicher fühlst, weil du weißt, wie sich das anfühlt, diese Kilometer zu laufen. Und du weißt, wenn es schwierig wird, du weißt, dass du das kannst, das gibt dir Sicherheit. Niemand, also ich kenne zumindest niemanden, der auf Anhieb sagt, ich laufe jetzt einen Marathon, ich würde es auch niemandem empfehlen, weil das ist sicher nicht liebevoll für sich selber und den Körper. Also auch da brauchst du das Thema Sicherheit. Und wir haben, weil das so spannend ist, sich damit zu befassen, ich merke es gerade so beim Reden, was hat das denn noch alles für Aspekte, warum sind wir so abhängig davon, uns sicher zu fühlen? Angst ist bestimmt ein Aspekt, aber was wir ganz gerne möchten heute, ist dich tatsächlich einladen zu beobachten. Also zwei Dinge, eben dich und andere dabei zu beobachten, woher ziehst du deine Sicherheit, also wann, mit wem fühlst du dich sicher, wann oder mit wem fühlst du dich unsicher, also in welchen Situationen fühlst du dich unsicher, wann kannst du gut Sicherheit geben, anderen Sicherheit geben, in welchen Situationen brauchst du unbedingt dieses Gefühl, dich sicher zu fühlen? Ja, und vielleicht auch dich mal zu fragen, warum brauche ich dieses Gefühl von Sicherheit, wenn es denn dann auftaucht? Und was als kleiner Side-Effekt noch aufgetaucht ist in unserem Gespräch, war eine Kleinigkeit, die ich gestern in einem Buch gelesen habe, sehr interessant, zum Thema Nähe, also auch Nähe gibt uns ja Sicherheit, und da geht es letztendlich darum, aus dieser Sicherheit eben mal auszubrechen, also dieses Raus aus der Komfortzone, sich zu erlauben. Ich muss es jetzt hier mal eben vorlesen, dieses, irgendetwas, was sich unserer Kontrolle entzieht, ist das Beste, genau, wenn wir uns sowas begegnen, dann ist das Beste, was wir tun können, mit all unseren Sinnen offen zu bleiben und all unsere Pläne beiseite zu schieben. Und das bedeutet nicht, dass wir plötzlich an Schicksal glauben oder die erstbeste Gelegenheit wahrnehmen müssen. Es bedeutet, dass wir Raum für das Unerwartete schaffen sollten, das oft hinter der nächsten Ecke auf uns wartet. Und das fand ich ganz spannend, und jetzt, wo ich es so vorlese, komme ich so drauf, das kann ich auch dann nur, wenn ich mich irgendwo anders wieder sicher fühle. Genau. Dann kann ich rausgehen. Und vielleicht magst du dem Nächsten, der dir begegnet, ein Stückchen Sicherheit geben, indem du ihn einfach mal umarmst. Weil Umarmung, gerade in der Beziehung, gibt ein ganz, ganz wohliges Gefühl der Sicherheit. Bei dir bin ich gut aufgehoben, du passt auf mich auch. Definitiv, ja. In diesem Sinne, eine schöne, sichere Zeit für dich. Und seid ihr sicher, wir melden uns mit der nächsten Folge. Oh, der war jetzt mal richtig. Ja, ich kann das auch. Das war ein Übergang. Also, wir sind sicher bald wieder da. So ist es. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.